Jo, was geht ab, Leute? Ich bin Dennis. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Die Juli Burpee Challenge war so erfolgreich, dass sogar bevor der Juli vorbei war, schon die Fragen kamen. Geht's weiter? Geht's weiter? Wann gibt's die nächste Challenge? Was passiert als nächstes? Und natürlich geht es weiter, deswegen präsentiere ich euch heute die September Challenge. Diesmal nur 30 Tage, weil der September nur 30 Tage hat, aber 30 Tage Vollgas. Ich erkläre euch jetzt in diesem Video grundlegend die Struktur und worauf ihr achten müsst, damit ihr bestens vorbereitet seid für die Workouts, die auf euch zukommen. Im Juli haben wir jeden Tag Burpees gemacht. Nur Burpees und ich habe euch den Ratschlag gegeben, unabhängig von den Burpees auf jeden Fall Rücken und Beine getrennt zu trainieren. Im September machen wir eine etwas komplexere Challenge, wo für jeden Trainingstag eine Routine vorgegeben ist. Es ist gemischt, wir haben natürlich Burpees dabei, gar keine Frage, Burpees sind die Grundlage, aber wir haben auch Klimmzüge, Dips, Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte, Bauchmuskelübungen, ein bisschen von allem. Des Weiteren ist die Challenge so aufgebaut, dass wir Tage haben, an denen die Workouts mehr Kraft und Muskelaufbau fokussiert sind und einige Tage, wo wir mehr so Conditioning-Training machen. Aber keine Sorge, jedes Workout wird brutal. Wir werden verschiedene Trainingsmethoden durchlaufen, die der eine oder andere vielleicht schon kennt, weil ich sie schon auf Instagram oder auf TikTok präsentiert habe, aber jetzt auch nochmal im Rahmen der Challenge im Detail erläutern und erklären werde. Unter anderem aufsteigende Leitern, Pyramiden, Juarez Valley Method. Also sehr, sehr coole Trainingsmethoden, die ihr euer Training, egal ob Bodyweight oder im Gym, aufwerten können, wenn ihr diese Methoden versteht, anwendet und in eurem Training mit einbaut. Ich werde euch auf drei Stufen, also für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis, Vorgaben geben. Vorgaben für die Reps und Vorgaben für die Übungen. Natürlich ist es so, dass nicht jeder genau auf diesem Level sein wird. Es wird Leute geben, die zwischen den Levels sein werden von ihrem Niveau. Es gibt Leute, für die die Anfänger-Challenge vielleicht zu schwer ist. Es wird vielleicht Leute geben, für die die Profi-Challenge zu leicht ist. Deswegen versteht bitte, das sind Empfehlungen und Vorgaben. Aber natürlich ist jeder anders. Beim Training spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle. Deswegen beachtet das und passt das entsprechend an. Wenn die Vorgabe zum Beispiel ist, fünf Klimmzüge und du kannst keine Klimmzüge, dann adaptiere die Routine einfach auf dein Niveau. Das heißt, du kannst die Klimmzüge mit Unterstützung, mit Band oder eine andere Variante ausführen. Ich kann natürlich nicht für jedes einzelne Trainingslevel, jedes einzelnen Sportlers einen Custom-Trainingsplan machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ihr könnt euch daran orientieren und ihr könnt die verschiedenen Levels natürlich auch als Ziel sehen, mit dem Ziel auf diese Gesamtwiederholung zu kommen. Die Burpee-Army WhatsApp-Gruppe besteht ja noch und jeder ist willkommen. Aber auch für die September-Challenge wird es eine WhatsApp-Gruppe geben. Das heißt, da könnt ihr natürlich alle Fragen stellen und da können wir uns gegenseitig beraten, unterstützen und uns gegenseitig helfen. Im Unterschied zur Juli-Challenge, wo wir jeden Tag trainiert haben, ist die Struktur der September-Challenge anders. Wir haben sechs Trainingstage und einen Pausentag. Ich empfehle jedem, wie ich auch schon in der Burpee-Challenge empfohlen habe, unabhängig von allem anderen jeden Tag mindestens zehn Minuten Mobility zu machen und vor allem am Pausentag sich Zeit zu nehmen für eine ordentliche 30- bis 60-minütige Mobility-Routine. Wie immer das Wichtigste, Form First, also immer auf die Ausführung achten, kein Ego-Training. Es geht nicht darum, eine bestimmte Zahl zu erreichen, sondern es geht darum, den Körper zu fordern und einen Trainingsreiz zu setzen. Und das können wir nur tun, wenn wir sauber trainieren und die Wiederholungen perfekt ausführen. Die Pläne für Anfänger, Fortgeschritten und Profi findet ihr in der Beschreibung als PDF und auch im Hochkant-Format für alle die, die so wie ich bei so Challenges sich immer fragen, wo habe ich denn das Ding gespeichert, wo ist denn der Screenshot? Deswegen werde ich euch die Challenge auf allen drei Niveaus, auf allen drei Stufen auch in Hochkant zur Verfügung stellen. Und ihr könnt die, wenn ihr wollt, auf dem Handy einfach als Screensaver verwenden oder als Lockscreen, dann habt ihr, egal wo ihr seid, egal wann, den ganzen September mit einem Klick auf dem Handy, die tägliche Routine bereit. Hey Leute, kurze Zeit für Werbung. Ich möchte meine drei Top-Produkte bei ESN.com präsentieren. Zum einen Vayu Instant Rice Pudding als schnell verdauliche Kohlenhydratquelle, die sich in zwei, drei Minuten zubereiten lässt. Für mich unschlagbar. Metaplus von Vayu, Stoffwechselbooster, der den Kalorienverbrauch erhöht und die Fertoxidation begünstigt und einfach als Kaffee- oder Energydrinkersatz morgens, um in Fahrt zu kommen. Mein absolutes Lieblingsprodukt, vor allem in der Diät und Vegan Designer Protein, um meinen Proteinbedarf zu decken. Super leicht verdaulich, super super lecker. Eine Top-Empfehlung, auch für alle, die nicht vegan sind. Und mit dem Code Dennis bekommt ihr immer den besten Preis. Werbung Ende. Eine kleine Anforderung haben wir noch. Und zwar nicht nur werden wir den ganzen September Gas geben, sondern, also natürlich wie immer, ernährt euch gesund, ernährt euch vollwertig, möglichst viele unverarbeitete, vollwertige Lebensmittel, viel Gemüse und Eiweißreich. Aber während der ganzen September- Challenge. Kein Alkohol, kein Tabak. Wir wollen nicht nur gut aussehen, wir wollen auch gesund sein. Und egal wie, egal was, auch wenn man sagt, ja, aber ein Glas Wein einmal die Woche, ja. Aber jeder sollte in der Lage sein, 30 Tage lang Nein sagen zu können. Glaubt mir, das wird euch nicht nur körperlich, sondern auch mental wirklich, wirklich voranbringen, wenn ihr in der Lage seid, so viel Selbstbeherrschung zu haben. Was Supplements angeht, wie auch letztes Mal schon gesagt, das müsst ihr natürlich immer mit eurer Ernährung abstimmen. Also versucht immer alle Nährstoffe und alles, was ihr braucht, über die Ernährung abzudecken, so gut es geht. Und die Dinge, die dann zu kurz kommen oder die fehlen, mit Supplements zu ergänzen. Natürlich in erster Linie Omega 3 und Vitamin D3 K2. Kreatin macht auf jeden Fall Sinn. Funktioniert, ist günstig, ist eigentlich unschlagbar im Preis-Leistungsverhältnis. Ein gutes Eiweißpulver, um euren Proteinbedarf zu decken, wenn ihr das mit der Ernährung nicht schafft. Mein Eiweiß der Wahl ist das Vegan Designer Protein von ESN. Ich persönlich werde wieder Kurkumin hochdosieren, um den Muskelkasten Kater zu vermeiden. Ich nehme Ashwagandha für die Regeneration und ich werde auch weiterhin Magnesium höher dosieren, einfach weil ich allgemein einen höheren Magnesiumbedarf habe. Aber wenn ihr spezielle Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder schreibt es in die WhatsApp-Gruppe. Da können wir gerne darüber diskutieren, welche Supplements für dich Sinn machen. Und wenn wir schon über Supplements reden, es wird auch dieses Mal was zu gewinnen geben. Unter allen, die bei der September Challenge mitmachen und mich auf Instagram in deren Stories markieren. Beim Trainieren, beim Ausführen der September Challenge gibt es wieder drei wunderschöne, große Supplement-Pakete zu gewinnen. Also markiert mich und dann wird es wieder ausgelost. So, das war's. Ich freue mich riesig auf die Challenge. Ich freue mich riesig darauf, dass ihr alle Gas geben könnt und ihr alle eure Bestform erreichen könnt. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok. Schreibt bitte alle Fragen, die ihr habt, hier in die Kommentare. Liked das Video, abonniert den Kanal bitte und aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun mit einem Einkauf bei ASN.com mit dem Code Dennis. In diesem Sinne, let's get the party started.